hallo leute und herzlich willkommen zurück bei mir am kanal ich habe wieder was neues dabei und zwar von msi die mpeg core liquid k 360 v2 ich brauche neue wasserkühlung und diesem video schauen wir uns an ja ich brauche unbedingt eine neue wasserkühlung wir sehen könnt ich habe eine max aqua fusion im 360 mm format bei mir im rechner verbaut ihr sehen könnt der rgb lüfter der mitte ist schon am flackern und ist auch das ganze soll ich sag mal so langsam ein bisschen ausgelutscht deswegen gibt es was neues und in diesem video wollen wir uns die einfach mal gemeinsam angucken auspacken und einbauen packen wir machen im separaten video dann können wir die vielleicht auch mal gegenüber stellen was mich mal interessieren würde sollten wir ich meine die kann man sowieso jetzt für nichts mehr benutzen die anamax also die werde ich jetzt nicht irgendwie verkaufen oder verlosen sollten wir die nicht vielleicht mal einfach mal aufflexen auseinander bauen und mal gucken wie die so nach dreijähriger benutzung einfach mal aussieht von innen ich glaube das könnte ganz interessant sein ja gucken wir uns schauen uns die verpackung an schöne bildchen oben drauf er bemüste kleid aztec pumpe generation 7 müsste glaube ich drin sein es ist die zweite version die ist gerade auch im moment im angebot bei amazon wenn amazon also ich schmeiße euch einen link rein in die beschreibung amazon schmeißt mich da leider immer wieder aus dem partnerprogramm raus also kriegt ihr noch mal einen amazon link da ist für knapp 130 euro im angebot und deswegen habe ich da auch zugeschlagen und so was haben wir denn hier so großartiges zu sehen ich das noch mal um mir ja wir haben hier ein lcd bildschirm auf der pumpeinheit ist die pumpe überhaupt war das eigentlich hier so ich glaube das müssen wir gleich noch mal angucken kann auch sein dass die pumpe im radiator mit drin ist sondern dass das hier gar nicht mehr gar nicht mehr die großartig die pumpe mit drin ist ja ansonsten steht drauf msi torx fan 4.0 so eine neuere generation von lüfter von von msi die auch schon bei den rtx grafikkarten mit drin ist man sieht das hier an dieser lüfter schaufel zwei lüfter miteinander verbinden für einen besseren airflow ja lcd bildschirm wir haben einen ja einen kleinen kühler beziehungsweise einen kleinen lüfter auf dieser pumpeinheit hier die gleichzeitig den v-ram mit kühlen soll also die oberen kondensatoren vom member damit gekühlt werden ob das jetzt so krass ist und ob das ding vielleicht ein bisschen auch nervt sonst nicht ob die diagramme könnte jetzt hier nicht großartig sehen aber steht halt drin dass man das bild hier ein bisschen individualisieren kann das heißt wir können da nicht nur die temperatur anzeigen lassen sondern auch die geschwindigkeit der pumpe oder der der lüfter diverse einstellungen halt die sich dann in dem mystic light verbinden so steht hier noch so vielen dank dass du mich hier kauft das wahrscheinlich in diversen sprachen ganz wichtig japanisch ich würde sagen wir machen das ding einfach mal auf so machen was hier sich so gut ist und verbirgt erst mal natürlich eine anleitung user guide es wird glaube ich nichts besonderes drin also eine ganze installationsanleitung wie wo was hingehört also alles beschrieben sollte alles nicht das problem sein ja wenn man hier die drei lüfter aufpassen muss man hier nicht so ein kabel abreißen wir uns mal ein bisschen an hier also hier könnt ihr gut sehen dass sie diese diese doppel lüfter jetzt sind dass sie halt bei rotorblätter sind miteinander verbunden und sind auch auf beiden seiten hier gummiert so die schrauben so dass wir da eine geringe geräuschentwicklung haben und hakt da jetzt schon wieder du das gibt es ja nicht ja das wird viele kabel seien man das mal kurz beiseite hier so was haben wir hier das wird sein der deckel ist anbauen leute anleitung beziehungsweise anbauzeug diverse rgb kabel noch mal um von drei rgb lüftern auf ein signal zu kommen also so eine weiche nicht schon mal gut es sei denn man möchte jetzt unbedingt alle drei in unterschiedlichen farben leuchten lassen was ist das hier vip platium card msi reward programm ich glaube nicht dass ich das brauche und msi shootout wofür ist das how to enter wofür ist das den steam logo ist hier mit drauf write and post your review on this website bla 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 und registriert durch und bla 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 okay mach ich kann ich ja das video einlenden vielleicht als review kommt vielleicht ein bisschen besser an als irgendwie was zu schreiben ach so an bestimmten webseiten okay vielleicht mein factory oder sowas glaube ich denn doch sowas an sowas teil das habe ich schon mal da irgendwo gesehen ansonsten ich gucke ob ich das vielleicht ausführen kann vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen stein gut haben gewinnen naja sowas schicke ich ja direkt an euch weiter ich meine hier noch mal die sachen raus so ein bisschen einfacher platz machen am schreibtisch so der radiator jetzt sagen der von einer max ein ticken dünner der ist ein bisschen dicker hier deswegen immer schön auf die maße achten dass wenn ihr ein radiator kauft das oder beziehungsweise so eine wasserkühlung aio dass hier dann immer schön diese fläche berechnet dass ihr die hier braucht plus wenn dann der lüfter mit dabei kommt der hier sich ich lösen lässt von den ganzen dreien dass ihr dann insgesamt diese breite braucht also schön darauf achten bei den ab jetzt so ein trümmer gehäuse wie ich ein riesen ding dann ist das wahrscheinlich fast alles egal weil da passt sowieso alles mögliche rein so hier ist dann diese schöne pumpeinheit beziehungsweise doch hier ist die pumpe mit drin sehe ich gerade mit dem lcd bildschirm ist man hier eigentlich auch abnehmen können das müsste nur so eine kappe sein genau also das ist tatsächlich nur so eine blende um das ein bisschen zu verkleiden und hier sind dann die ganze technik mit drunter und ja ja massenhaft an karl usb kabel cpu fan kabel noch mal drei adapter kabel für die drei lüfter die auf den radiator kommen noch mal ein rgb kabel und noch mal einen zusätzlichen sr stecker das ist echt eine menge und so und das schädchen hier lcd bildschirm könnt ihr gut sehen relativ groß tatsächlich ich hatte das gedacht dass wir ein bisschen kleiner also die größe ist echt in ordnung und hier zwischen können wir dann auch sehen ob ich das drauf krieg dass hier dann der lüfter mit drei aufsitzt der halt den chipssatz kühlen soll ein bisschen wenn man ein paste von haus aus ist mit drauf die werde ich aber nicht übernehmen weil ich von grund aus wenn man ein pasten von ios egal welchen hersteller nicht benutzen werde weil die meistens nicht taugen so gibt es hier sonst irgendwas großartig und eine tüte für intel 17 17.000 für den neuen intel sockel ist auch schon gesorgt ist mit dem karton drin immer davon aus seit version 2 bei der bei der kornik kornik ist es mit dabei geht man auch bei der ersten version wahrscheinlich auch als zubehör irgendwie antragbar für den sockel da das ja meistens so ist ansonsten soll sich hier ein bisschen was getan haben im punkto der pumpe dass diese ein wenig leiser geworden ist gegenüber dem vorgänger modell also version 1.0 habe ich jetzt leider keinen vergleich zu deswegen sage ich mal sie ist leise hoffentlich und fertig die ich so gelesen habe ist dass die kühlleistung wohl sehr sehr gut ist ich blende euch mal ein wenn meine einer maximal so ein bisschen hochgejagt ist was die so im idee momentan macht und vielleicht bei einem benchmark 95 oder so mal kurz laufen lassen und dann seht ihr auch warum ich den wechsel mache ich betreibe ja bei mir im system reisen 9 3900 also den 12 kerner und er wird schon ziemlich warm deswegen drei jahre alt oder dreieinhalb jahre mittlerweile die endermax mal gucken da sollte sich ein bisschen was tun und dann bin ich sehr zufrieden damit rgb beleuchtung gut ist immer schön wenn es dabei ist jetzt für mich nicht unbedingt muss es gibt ja da noch ein neues modell ich glaube k360 wäre das dann hier vorne die hat auch ein lcd bildschirm ein etwas anderen allerdings ich glaube der war ist ein bisschen flacher auch und ähm die lüfter sind dann nicht rgb beleuchtet und haben den zusatz zu silent also die sollen dann besonders leise sein ja ich würde sagen ich setze mich jetzt mal so langsam damit auseinander dass ich das ding hier so verbaut kriege und ihr könnt jetzt noch die temperaturen sehen was so bei prime 95 bei der wasserkühlung so passiert die jetzt noch verbaut ist wie gesagt die endermax aqua fusion und wenn ihr ganz gerne mal sehen wollt wie ich das ding auseinander baue ich wie gesagt ich würde auch mit der ja vielleicht flex habe ich jetzt gar nicht da sondern mit so einem kleinen drehmel den radiator mal aufschneiden mal gucken wie das da so innen drin aussieht das würde mich auch mal interessieren und auch die pumpeinheit von der aqua max würde ich gerne mal auseinander nehmen einfach mal zu sehen wie ist das so wie sieht das nach dreieinhalb jahren da in dem in der pumpeinheit oder in den schläuchen und so weiter wie sieht es darin aus nach drei jahre benutzungszeit intensiver benutzungszeit natürlich auch mit meinem computer der ist nicht nur als reines arbeitstier hier und ja ich glaube das kann ganz interessant werden vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns im nächsten video